Gleich geht's los. Elektra Bregens wünscht gute Unterhaltung bei Koch mit Oliver. Genussvolle Momente bei Koch mit Oliver wünscht Coca-Cola. Woche 11 von Koch dich schlank. Und der Gewichtsverlust ist ein echter Gewinn. Oliver Hoffingers Zuschauer haben bereits fast 700 Kilo verloren. Und das ohne Verzicht, sondern mit viel Genuss. Heute kocht Zuschauerkandidat Christian die herzhaftesten Tacos mit zartem Lamm und danach herrlich leichten Saibling. So einfach und gut geht Schlankschlemmen. Jetzt in Koch mit Oliver. Koch dich schlank. Hallo und herzlich willkommen bei Koch mit Oliver. Koch dich schlank. Wir sind in Woche 11 und schauen Sie, bei mir hat sich schon was getan und ich bin richtig stolz auf Sie. Bei Ihnen hat sich auch viel getan. Sie haben viel abgenommen, Sie haben auch viel gepostet und sind kräftig mit dabei. Vielen Dank dafür. Jetzt kommt jemand, der hat auch schon den einen oder anderen Kilo verloren. Der Christian. Und Christian hat nicht nur das eine oder andere Kilo verloren, sondern einen ganz neuen Zugang zum Genießen gefunden. Aber das soll uns der Salzburger, der mittlerweile seinen eigenen Food-Blog hat, gleich selbst ganz stolz erzählen. Lieber Christian, direkt aus Salzburg. Und jetzt sprich, wie viel Kilo? Acht Kilo sind es mittlerweile. Coole Sache. Acht Kilo, warum? Einfach durch Essen. Durch sehr viel Essen. Sehr viel Essen. Sehr viel Essen finde ich gut. Aber Dinge, die natürlich gut für dich sind und für deinen Körper. Das werden wir heute fortsetzen. Wir machen was ganz Besonderes. Und zwar eine Kombination aus Fleisch und Salat. Was jetzt prinzipiell nicht die besonderste Kombination der Welt ist, aber in diesem Fall ausnahmsweise schon. Es gibt herzhaft gefüllte Tacos, aber nicht mit den dafür typischen Weizenmehl-Raps. Die sind nämlich abnehmtechnisch der Super-Gau bei Tacos. Also weg damit. Wir ersetzen sie durch knackige Romana-Salat und Chicory-Blätter, die unsere Schiffchen für die fleischliche Fülle bilden. Denn damit wird Christians Fülle immer weniger. Oliver kümmert sich als allererstes um das Lamm-Faschierte, während Christian nun das junge Gemüse bearbeitet. Sag mal, was ist das große Geheimnis deiner Acht Kilo? Einfach regelmäßig essen. Nicht mehr durcheinander essen. Einfach zu bestimmten Zeiten essen. Das heißt, um 7.15 Uhr frühstückst du? Man kann sich schon fast in den Wecker richten nach meinen Mahlzeiten. Das finde ich gut. Also ich esse fünfmal am Tag circa. Fünfmal am Tag. Und dafür halt immer kleinere Portionen. Bitte hören Sie zu, man muss essen, um abzunehmen. Das ist wirklich eine Regel. Wenn Sie weniger essen, schaltet der Körper nämlich immer sofort auf Reserve um. Und dann lagert er Fett ein. Und genau das wollen wir ja nicht. Genauso punktgenau wie Christian isst, schneidet er jetzt seine Jungzwiebel. Oliver hackt die Kräuter. Und zwar sehe ich da Rosmarin und Lebstöckel, das wegen seinem intensiven Geschmack auch als Maggi-Kraut bekannt ist. In der Zwischenzeit brät hier mein Lamm-faschiertes an. Sie haben sicher einen Fleischhauer in der Nähe, der Ihnen das Lamm faschiert. Ist meistens aus dem Hals, das Lamm-faschierte. Und schauen Sie, dass es nicht allzu mager ist. Ich weiß, man hat immer das Gefühl, man will da nicht allzu viel Fett dabei haben. Aber wenn es ganz mager ist, dann ist es wirklich trocken. Und dann haben Sie es wie Styropor am Mund, das wollen Sie nicht. Außerdem macht so ein bisschen Fett nicht automatisch Fett. Im Gegenteil. Die richtigen Fette fördern den Muskelaufbau und das hilft wiederum beim Abnehmen. Gute Fette sind zum Beispiel die, die Oliver jetzt gleich verwenden wird. Und jetzt, wenn du so lieb bist, wir müssen dazu etwas servieren, was wirklich sensationell ist. Und das werden wir ausnahmsweise frittieren. Ich hätte gern, dass wir karamellisierten Knoblauch dabei haben. Das ist ein ganz junger Knoblauch, den gibt es eben im Frühling, Frühsommer. Sie sehen es da außen an der roten Farbe. Den müssen wir schälen. Und die großen Zehen hätte ich gerne in feine Scheiben geschnitten. Junge Knoblauch ist geschmacklich irgendwo zwischen Knoblauch und Lauch zu Hause und schmeckt herrlich scharf. Das Coole am Jungknoblauch ist aber abnehmtechnisch wirklich sein zartes Alter. Er ist extrem saftig und nimmt daher beim Frittieren nicht so viel Fett auf wie sein alter Bruder. Unser Lämmchen, das ungefähr im gleichen Alter ist wie der junge Knoblauch, brutzelt währenddessen schon schön in der Pfanne. Bist du jemand, der Lamm gern isst? Doch, ja, Lamm mag ich sehr gern. Allerdings wieder mal als Einziger. Als Einziger in der Familie, das ist dann immer schwierig. Es ist natürlich schon so, dass Lamm einen intensiveren Fleischgeschmack hat als zum Beispiel Rind und Schwein oder Kalb. Das muss man schon ernsthaft sagen. Aber wenn Sie, und da spreche ich jetzt gerade die ältere Generation an, sich erinnern an dieses Lamm, das schon mal geschlechtsreif war. Das klingt jetzt in Sachen Essen ein bisschen komisch. Aber das ist das, was so böckelt. Das ist das, was so ganz intensiv riecht, wo das ganze Haus auf einmal noch Lamm riecht. Das wollen wir nicht. Wir wollen ein Lamm haben, das quasi unter der Geschlechtsreife war. Das hat einen super zarten Geschmack und das riecht dann nicht so intensiv. Unser zartes, junges, definitiv nicht geschlechtsreifes Lämmchen würzt Oliver jetzt noch mit etwas fein gehackter Chili. Ich habe da noch einen Jalapeno Chili. Den geben wir auch noch dazu. Weil ich finde, das nur der thailändische Chili ist ein bisschen zu wenig. Die essen ja beide Schafe, oder? Genau, ja, sehr gerne sogar. So, und das soll ja richtig spicy sein. Gerade zur Vorspeise, das regt den Appetit an. Und jetzt gehen wir da wie Paradeiser dazu. Ich schneide in kleine Würfel. Würdest du es heute bis zum Hicks, oder? Da lebe ich dein Hicks heute nicht. Ah, du sprichst gerade was an, was ja ganz neu ist. Warte mal, ich habe da nämlich eine Soße, die habe ich mit kreieren dürfen. Und schauen Sie mal her, die heißt deswegen Hicks, weil ich zum Hicksen anfange, wenn ich selber is. Und das macht so richtig Sinn. Wenig davon draufgeben und es schmeckt richtig schön intensiv scharf. Werden wir schauen. Ich würde es heute erleben, dass du hickst. Ja, einen hicksenden Oliver sehen wir auch immer wieder gern. Bis es soweit ist, müssen aber erst einmal die Paradeiser gewürfelt und die Gurke filetiert werden. Es ist witzig, dass die in Wien Paradeiser heißen. Bei euch heißen es Tomaten, ja? Tomaten, ja. Und Paradeiser. Wird mal noch was anfangen können. Du, und wie ist es mit Erdäpfeln und Kartoffeln? Genau. Bei euch Kartoffeln, ne? Kartoffeln. Bei uns Erdäpfeln. Die Nähe zum geliebten deutschen Nachbarn kann Salzburg halt nicht leugnen. Auch wenn die Wiener Variante einfach die richtige ist. Die Köche auf der ganzen Welt haben ja die französische Küche gern als Vorbild. Und da heißt es ja auch Pomme de Deer. Das heißt also der Erdapfel. Und deswegen finde ich die Wiener Variante ja fast besser als Kartoffeln. Das sind die Deutschen. Aber Erdäpfel hin, Kartoffel her, die gewürfelten Paradeiser wandern nun in die Pfanne. Und die fein geschnittenen Knoblauchscheiben dürfen im heißen Öl baden gehen. Und da musst du bitte umrühren. Das soll richtig braun werden. Aber das muss kurz vorm richtig braun sein, weil das kurz noch nachzieht. Da steht er also, der Christian. Und kümmert sich rührend um den Knoblauch. Und abgießen darf er ihm dann auch gleich. Was für Oliver bedeutet, er kann eigentlich schon anrichten. Die Salatblätter sollen ja gleich als Hülle für unsere Lammfülle dienen. Daher legt Oliver sie mit ihrer natürlichen Rundung nach oben. Darauf kommt das herrlich scharfe Lammfaschierte mit Tomatenwürfeln und knackiger Gurke. Die Krönung ist der knusprig karamellisierte Knoblauch, den der Puls4-Küchenchef noch darüber streut. Der Knoblauch oben drauf. Vor allem ganz dezent Lamm, der karamellisierte Knoblauch und gerade die Bitterstoffe. Und leicht scharf. Ja, ganz leicht. Für den Higgs reicht es nicht. Nein, gehen wir nachher drauf. Ja, das ist ein Essen, das wirklich für die Gemeinschaft gemacht ist, denn es ist richtiges Fingerfood. Einfach in die Hand nehmen, im Mund stecken und essen und nachmachen vor allem. Schmeckt sensationell und jemand, der Lamm nicht mag, probieren Sie das einmal. Schmeckt richtig gut. Diese Einladung nehmen wir direkt an. Die Crew fällt schon über die leichten Tacos mit Lammfaschierten her, verschärft sie mit etwas Higgs-Soße und das Ganze ist anscheinend wirklich gut, denn übrig bleibt hier gar nichts. Der erste Streich von Oliver war also genussreich und der zweite folgt zugleich. Es gibt herrlich gefüllten Saibling in Backfolie, gegart mit würzigen Gnocchi à la Romana. Die Gnocchi warst einfach perfekt zu kochtisch lang, denn sie sind nicht aus schwerem Kartoffelteig, sondern aus leichterer Polenta. Für den Teig für unsere Gnocchi à la Romana ist Christian zuständig. Du bist zu lieb und lass dir mal die Milch aufkochen. Gibt es ein bisschen Salz dazu, ein wenig Knoblauch. Und lass die ganze Sache aufkochen. Dann kommt die Polenta dazu. Ich werde in der Zwischenzeit hier den Fisch vorbereiten. Was für den Saibling bedeutet Kopf ab. Das soll aber nicht umsonst gewesen sein, denn mit dem Fischkopf lässt sich ein wunderbarer Fischfond zaubern. Und nachdem der Saibling schon jetzt ziemlich kopflos agiert, beweist er jetzt auch noch, dass er gleich kein Rückgrat mehr hat. Das geht super einfach. Ich zeige Ihnen, wie das geht. Oberhalb der Rückenflosse einschneiden und einschneiden, bis Sie zum Rückgrat kommen. Das hören Sie sofort. Man hört es. So, dann umdrehen. Auf der anderen Seite genau dasselbe machen. Und schon hat der Saibling kein Rückgrat mehr. Den besagten Fisch gart Oliver heute in einer speziellen Backfolie. Man kann es auch in Butterpapier machen, in Backpapier, man kann es in Alufolie machen. Aber gerade in dieser Garfolie funktioniert es am allerbesten. Denn da bleibt der ganze Geschmack drinnen. Alles, was wir jetzt reingeben, wir geben dazu Limette, Zitrone, Zitronentümieren, Koriander, ein bisschen Zwiebel. Genau das bleibt dann alles beim Fisch im Geschmack drinnen. Bevor der Fisch aber in der Folie verschwindet, rührt Christian schon die Polenta in die heiße Milch ein. Jetzt muss sie nur noch kurz durchziehen und für das Finish übernimmt Oliver noch kurz den Schneebesen.